Ich habe den schnellsten 3D-gedruckten 3D-Drucker nachgedruckt und modifiziert. Er war mir nämlich zu hässlich. Jetzt hat er ein Gehäuse mit astreinem Kieferhals. Er ist so schön, dass er sein eigenes Fotoshooting bekommen hat. Hätte ich einen weiteren 3D-Drucker gebraucht? Nein! Habe ich viel zu viel Zeit in das CAD-Design gesteckt? Ja! Hat es Spaß gemacht, das Ding zu bauen? Definitiv! Würde ich euch empfehlen, das nachzubauen? Boah, guckt euch an, wie schnell der druckt! Okay, zu den Fakten. Es geht um den D100. Das ist ein sauschneller Core-XY-FDM-3D-Drucker. Das Design hat MattThePrintingNerd entwickelt. Die Druckdateien gibt es kostenlos zum Download, eine Aufbauanleitung in seinem YouTube-Kanal. Eine passende Clipper-Konfiguration und Slicer-Profile für Cura finden sich in seinem Repository bei Github. Der Trick beim D100 ist, dass ein ziemlich klobiger Rahmen 3D gedruckt ist. Das spart Geld und wenn man die Bauteile geschickt bei AliExpress bestellt, kann man die Teile für unter 300 Euro bekommen. Ich habe eher so 450 Euro bezahlt, aber ich war auch ungeduldig und habe ein paar Teile, die die damals nicht lieferbar waren, bei teureren Händlern in Europa bestellt. Der Rahmen aus Plastik hat einen weiteren Vorteil. PLA hat gut vorhersagbare Schwingungseigenschaften. Aber Pina, der Rahmen von einem 3D-Drucker soll doch gar nicht schwingen. In einer perfekten Welt stimmt das. In der Realität ist die Annahme, dass irgendein Material wirklich fest wäre, aber eine Vereinfachung. Im Grunde genommen schwingt alles immer irgendwie und wenn der 3D-Drucker heftig beschleunigt, ist das nicht mehr vernachlässigbar. Metalle sind alle steifer als übliche Kunststoffe, aber sie haben die unangenehme Eigenschaft, dass es meist einen Punkt gibt, an dem ihr Schwingungsverhalten chaotisch wird. Damit lässt es sich nicht gut vorhersagen. Bei PLA ist das nicht so. Für Plastikverhältnisse ist PLA schon ziemlich steif und zusätzlich schwingt es in vorhersagbarer Weise. Das heißt, mit Input-Shaping kann der Drucker die Schwingungen kompensieren. Pina, was zur Hölle ist Input-Shaping? Das ist eine Funktion der 3D-Drucker-Firmware Clipper. Die Idee ist, dass sich Schwingungen, die man beim 3D-Druck als Ringing, also solche Wellenlinien an der Außenseite der Drucke sehen kann, vorhersagen lassen. Jeder Drucker hat eine Resonanzfrequenz bei Bewegungen in X- und in Y-Richtung. Input-Shaping nutzt nur diese beiden Frequenzen. Man kann sie entweder an einem Testdruck ausmessen oder man benutzt einen Accelerometer. Der Drucker bewegt sich dann so in die entgegengesetzte Richtung, dass die Wand wieder gerade wird und die Schwingung ausgeglichen. Nice. Input-Shaper wirkt wie Magie und ist einer der Gründe, warum im Moment reihenweise Leute ihre Drucker auf Mainboards mit Clipper umrüsten. Aber warum stattest du dann nicht einfach einen gebrauchten Ender 3 mit Clipper aus? Wer viel billiger? Bettschubser haben ein schweres Druckbett, das sich einfach nicht so rasant beschleunigen lässt wie ein federleichter Druckkopf. Der D100 ist da ziemlich gut optimiert. Kein schwerer Motor, der sich bewegen muss. Ein kleines Bett, damit auch ein kurzes Portal reicht. Das benutzt geschliffene Wellen statt Linearschielen, weil die billiger sind und in alle Richtungen die durch Vibrationen entstehenden Kräfte aufnehmen können. Deswegen blockieren die Lager nicht so schnell. Die Riemen sind für Core XY noch relativ kurz, die gedruckten Teile vom Portal auf Gehlsgewicht optimiert. Das einzig großzügige ist die Bauteilkühlung mit so zwei 50-15er Blauern, die dafür sorgen, dass das Plastik gerade so noch rechtzeitig fest wird. Solide konstruiert, schnell, günstig. Wo ist der Haken? Der D100 hat nur 17x17x14cm Bauraum. Das heißt, er ist schon mal zu klein, um seine eigenen Teile zu drucken. Man braucht einen anderen 3D-Drucker mit mindestens 23x23cm Druckbett. Und man braucht dutzende Stunden lang, weil die massiven Rahmenteile jedes für sich an langer Druck sind. Wer also nur im Makerspace Zugriff auf einen 3D-Drucker hat, braucht echt lang, um die Teile zu drucken. Außerdem sind die Bestellungen bei AliExpress für ein Skill für sich und insgesamt ist der D100 eher etwas für MakerInnen mit etwas Erfahrung. Außerdem hast du gesagt, dass er hässlich ist. Ja, sorry Matt, mir hat das blockige Design einfach nicht gefallen. Ich fand auch, dass es Verschwendung ist, an einem praktisch quaderförmigen Drucker keine Scheiben anzuschrauben, um ihm ein Gehäuse zu verpassen. Also habe ich das Design modifiziert, damit man Acrylscheiben anschrauben kann. Die blockigen Plastikteile verschwinden bei mir hinter Holzleisten. Wenn man schönes Holz nimmt, sieht das richtig wertig aus. Aber nicht sehr futuristisch. Retrofuturistisch eher. Ich habe ein bisschen an Steampunk gedacht. Oder vielleicht Dieselpunk, weil das Holz ein bisschen an 50er Jahre Möbel erinnert. In der Videobeschreibung sind nicht nur das Repository vom Original D100 verlinkt, sondern auch mein Onshape-Design des gehäusefähigen Rahmens. Und mein Git-Repository mit Profilen für Prusa-Slicer. Den Artikel zum Projekt gibt es in CT2123. Und ich verlinke euch noch zusätzlich einen Online-Artikel zur Speedboat Race. Außerdem habe ich mit meinem D100 auch an der Speedboat Race teilgenommen. Ich habe zwar mehr als doppelt so lange gebraucht wie Matt. Beide Videos seht ihr jetzt hier. Ich fand mein Speedbenchy unter 10 Minuten aber trotzdem ganz schön rasant. Macht's gut.